Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von PIXU und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Heute habe ich einen kurzen Tipp zu meinen Schnittmustern für dich. Und zwar möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du Tinte sparen kannst und auf dem Schnittbogen auch wesentlich mehr erkennst nach dem Ausdrucken. Das Ganze ist wirklich ein Quick-Tipp und geht ganz, ganz schnell. Und zwar ist es bei meinen Schnittmustern möglich, dass du einzelne Ebenen ausblendest. Das bedeutet, du kannst ein Schnittmuster in nur einer Größe drucken und sparst dabei enorm viel Tinte. Und zwar funktioniert das über eine wirklich tolle Funktion im Adobe Reader. Diesen kannst du dir kostenlos im Internet herunterladen. Und dort kannst du dir eben auf der linken Seite die Ebenen anzeigen lassen und da die einzelnen Größen, die du nicht brauchst, entsprechend ausblenden. Hast du diese Ebenen ausgeblendet, kannst du ganz einfach das Ganze drucken und gehst einfach über das Menü oben, drucken und druckst eben die ganze Geschichte nur in einer oder in zwei Größen aus, je nachdem, was du tatsächlich benötigst. Solltest du also ein Schnittmuster anpassen müssen, ist es auch möglich, das Ganze in zwei oder drei Größen auszudrucken, je nachdem, was du benötigst. Ob du jetzt in Brust-, Taillen- oder Hüfthöhe vielleicht eine andere oder eine unterschiedliche Größe benötigst, kannst du eben nur die Größen drucken, die du tatsächlich brauchst, um entsprechend dein Schnittmuster an deine Maße anpassen zu können. Das Ganze ist super praktisch und spart enorm viel Tinte. Und beim Drucken hast du eben noch folgende Optionen, um noch mehr Tinte zu sparen. Und zwar kannst du im Adobe Reader angeben, dass du Tinte bzw. Toner sparen möchtest. Da setzt du hier oben einfach ein Häkchen rein, hast du dieses Häkchen gesetzt, druckt der Drucker eben mit weniger Tinte und du kannst alles immer noch super erkennen. Und gerade wenn du nur einzelne Größen druckst und eben noch Tinte sparst zusätzlich, dann kannst du sowieso mehr sehen, weil du eben entsprechend Hüftlinien, Taillenlinien, Ösenmarkierungen und Knipse viel, viel besser erkennen kannst, die zu der entsprechenden Größe gehören. Das war es auch schon mit dem ganz, ganz schnellen Tipp heute für dich. Ich hoffe, er hat dir geholfen und gefällt dir, dass du eben weniger Tinte, weniger Toner brauchst, um Schnittmuster von mir drucken zu können. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und ganz viel Spaß beim Nähen. Tschüss! Tschüss!